Rund 15 Quadratmeter hat die Wohnung von Sadio Talil. Den Schimmel an den Wänden überstreicht sie regelmäßig mit Farbe. Aber er kommt wieder. Schlimm für die 37-Jährige, die hier mit ihren drei Kindern lebt. Das ist gefährlich. Meine Kinder sind immer krank. Und die Wand ist nass, siehst du gerade. Kein Warmwasser, keine Heizung seit mehr als einem halben Jahr. Sadio Talil hat zwei acht Monate alte Babys und ein Kleinkind, die sie nicht vor der Kamera zeigen möchte. Duschen und die Kleinen waschen, eine Herausforderung. Das Wasser muss am Herd erwärmt werden. Wenn meine Kinder sind, duschen, ich mache warmes Wasser. Aber sie gerade jetzt in mein Schlafzimmer geschaut, das ist mein Lieblings. Sie lebt in einem Wohnhauskomplex im Industriegebiet im südhessischen Rostdorf. Hier wohnen ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund, viele von ihnen Geflüchtete. Niemand hat seit Februar warmes Wasser, wird uns gesagt. Die Heizungsanlage ist kaputt. Lebensbedingungen, die krank machen. Vor allem die Kinder sind immer wieder bei Kinderarzt Thomas Pruschil. Weil Sadio Talil besser Deutsch spricht als eine Freundin, bringt sie deren Tochter in die Sprechstunde. Aber es pfeift auf der Lunge und es ist wirklich Schleim drauf. Das müssen wir mit dem Medikament behandeln. Wir schreiben ihnen auf, wie sie das geben. Wenn Fieber ist, bitte gleich wiederkommen. Denn bei den kleinen Kindern, wenn die dann so einen Infekt bekommen, kann sich das schwer ausbreiten. Die können dann ganz schwer atmen und schnell in eine bedrohtische Situation kommen. Ja, okay? Ja, okay. So machen wir das. Also man sieht das wirklich, wo man sagt, das gibt es doch nicht schon wieder. Und dass sie wieder dann immer drei, vier Mal hintereinander kommen, auch entsprechend medikamentös behandelt werden müssen. Also es ist ja nicht nur, man sagt, naja, mal irgendwie ein bisschen schön an die frische Luft gehen oder sowas. Dann wirklich auch medikamentös behandelt werden müssen. Und das dann eben mehrfach hintereinander. Was für diese Altersgruppe in der Art eigentlich untypisch ist. Kein Warmwasser, ein schimmliges Zuhause. Eine Gefahr, vor allem für die Kleinsten. Je kleiner die Kinder sind, umso schwächer ist natürlich auch das Abwehrsystem, das sie noch haben. Und so größer ist auch die Gefahr, dass die Infektion nicht nur auf einen Bereich beschränkt bleibt. Also eine Halsinfektion, Ohrinfektion, wie es bei uns ist. Das wird dann gleich vom Immunsystem sozusagen umzingelt, sondern sich gleich ausbreitet und es zu einer sehr schweren Infektion führt. Vermieter des Wohnkomplexes ist seit 2022 eine Immobilienfirma. Wir fragen sie vergangenen Freitag per E-Mail, warum denn die Heizanlage immer noch kaputt ist. Eine Antwort haben wir bis zur Frist heute Mittag nicht erhalten. Im Darmstädter Echo hat sich der Geschäftsführer zuvor geäußert. Was über Jahre schief gelaufen ist, das können wir nicht innerhalb von kurzer Zeit ausräumen. Wir wurden vom Vorbesitzer sehr arglistig getäuscht. Und erst im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass unter anderem die Heizung kaputt ist. Hätte die Immobilienfirma die Heizung nicht vorher prüfen sollen, bevor sie die Gebäude kauft? Stattdessen mehr als ein halbes Jahr kein warmes Wasser. Die Heizungsanlage soll nun ausgetauscht, die neue mit staatlichen Fördermitteln finanziert werden. Das würde dauern, so der Vermieter. Sadio Talil hilft das aktuell wenig. Das Jobcenter bezahlt ihre Wohnung, eine andere kann sie sich nicht leisten. Ihre Beschwerden beim Vermieter zwecklos. Ich habe gesagt, wie kann ich so leben? Sie hat gesagt, auch in Afrika. Sie können auch so leben. Ich habe gesagt, hier ist kalt. Afrika ist nicht kalt. Afrika ist warm. Und Afrika ist warm. Wasser ist normal. Haus ist normal. Keine Chemie. Dabei hat die Frau aus Somalia nur einen bescheidenen Wunsch. Eine Wohnung zu finden für mich oder irgendwo kann ich leben, ich und meine Kinder. Und die andere Lüfte auch. Wo kein Schimmel ist und wo warm Wasser ist und die Heizung funktioniert. Der Vermieter verspricht im Darmstädter Echo, dass Ende Oktober oder Anfang November eine neue Heizung kommt. Hoffentlich, denn die Nächte werden kälter, die Situation für die Menschen hier immer härter. maint дом. Ja. Mit der Nächten. Die Nächte werden kälter, die Menschen hier im Darmstädter. Vielen Dank.